kaputt das ist ja ekel ich war gut wenn die Hälfte der Rüstung fehlt dann ist das schon mal ein bisschen gott sei dank echt mal gott sei dank der Segen jo aha Gilette nämlich müssen was verkünden und über euch mit dem ihr bleibt mit ich würde wir gehen das ich würde euch manchmal ist eine scharfe klinge nein ich habe die schärfsten klingen auf den inseln ja das ist wunderbar der ganzen welt seht euch um grommet pfeile grommet pfeile nicht zu dem preis versucht es noch an das ist ein faires angebot das ist ein faires angebot das brauche ich noch behalte ich erst mal schwächersurteils bernsteinbogen tricks wahrscheinlich wahrscheinlich kann ich aus biert gibt es in bernstein auch sowas an brittau so ja entschuldigt aber ich habe wichtiges zu tun wahrscheinlich wenn ich jetzt irgendwo ein bisschen rum suche in dem im dementischen seite also in ähm ich habe schon so lange nicht mehr gespielt da haben wir ähm bliss genau bliss bliss dann ist Tadon war der Fürst von Manja und Herzab des Landes er war von bewusstseinsveränderten Speisen und Tränken besessen ja ja sprecht Bürger hat die mich gerade als Bürger bezeichnet? mich ah ich kann ja noch was machen ich könnte mich nein ich könnte was zusammenbauen braun braun ach verschwende Alakosia flucht doch hallo kann man nicht irgendwas wenigstens komm mit eier maaaann muss doch irgendwas geben was man kombinieren kann flammen stengel und was du willst du noch was du willst du noch bäm 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 jo oh ist die für irgendwas gut oh ja egal was bist du Tür zu blablabla's Haus Großkopf Großkopf ach ja es ist der Schreckhafte schnell bis später zum verwöhnten Böckler hat er Gerüchte Fundgrube Grundfundgrube wie ah ihr sind dann wird führt ein strenges reg jo bis später und ein Bett das niemand braucht jaja jetzt können wir jetzt mal ein Level Up machen oh schön er hat euch zu stark angetrieben und zu viel nachgedacht entspannt euch, vertraut eure Instinkten seid einfach ihr selbst kümmert euch um die kleinen Dinge, um die großen Dinge von selbst ähm Stärke Persönlichkeit ein bisschen und ich glaub nochmal mit Intelligenz ich brauch einfach mehr Magie auch wenn's nervt Seogora treuergebende dunkle Verführer interessieren mich ein Schei noch ein Level? das kann doch jetzt nicht sein hab ich so viel gelernt Warte, machst du das nicht in einem Abwasch? Kein Plan Ben, wagt gleich nochmal Stufe 17 Das Leben ist einfach noch nicht vorbei Sie können immer noch weiserer, cleverer, erfahrener oder fieser werden aber ihr Körper und ihre Seele werden nicht mehr jünger Stärke, Willenskraft und Schnelligkeit So Stufe 17 Das ging eigentlich bis jetzt ziemlich schnell Ich habe noch nicht mehr 100 Parts und ich bin schon über 17 Ja, ähm, da das ja alles nicht mehr so unglaublich lange dauern kann, hoffe ich auf jeden Fall Irgendwann ist auch Schlussbelustig hier, weil Wie kann ich helfen, Mann? Geh sterben Ja, ähm Nein, ich meine Wenn ich wieder zurück bin in Syrodil und den ganzen Kram Sprecht Dann werde ich wahrscheinlich k牽p... undpodlin Ansatz Ufff Fertig Und, ah, Schilghrado Ach, Schilghrado Fürst Sheogorath, entschuldigt die Störung, aber ihr müsst uns helfen. Ordnung hat Zackenfels angegriffen und uns in die Flucht geschlagen. So, so. Was für eine interessante Wettung. Das ist neu und ich mag Neues, selbst wenn es schlecht ist. Und das hier ist schlecht, oder? Meine Güte. Das ist eine besonders spannende Wettung. Eine ideale Aufgabe für euch, als jüngste und einzige Person von Adel im Reich. Wenn Ordnung in die Festung meiner Armee eingedrungen ist, so ist das eine beunruhigende Wendung. Das bedeutet, dass Ordnung es mit List versucht hat. Hm, nicht gerade ihre Stärke. Erstaunlich. Vielleicht laufen die Dinge nicht ganz so schlecht, wie ich mir vorgestellt hatte. Wieso? Alle Details werdet ihr vom Boden erfahren, wenn ihr sie nicht bereits kennt. Das tut ja nicht, oder? Nein. Kann man Jügelack nicht sagen. Ihr seid ja köstlich. Wisst ihr denn wirklich nicht? Seid ihr etwas so schwer von Begriff? Ja. Er ist ich. Ich bin er. Wir sind beide in einer Person. Ich werde deshalb nicht hier sein, wenn er eintrifft, weil ich er sein werde. Es ist immer dasselbe. Der Graue Marsch beginnt. Ordnung macht sich breit und ich werde zu Jügelack und zerstöre mein ganzes Reich. Cool. Können wir jetzt aufhalten? Aufhalten? Oh nein. Das geht nicht. Glaubt mir, ich habe es versucht. Das endet nie gut. Aber ihr werdet dennoch den Grauen Marsch aufhalten. Ihr werdet Jügelack mich davon abhalten, mein Reich zu zerstören. Okay. Wann wird das passieren? Bald, allzu bald. Ich spüre schon, wie die Verwandlung beginnt. Ich habe das Gefühl, nicht ganz hier zu sein. Ich bin noch nicht dort, aber auch nicht mehr ganz hier. Ah. Und ich erlebe lichte Augenblicke, die für mich ganz und gar untypisch sind. Zum Beispiel jetzt. Was sollen wir jetzt machen? Jetzt? Nichts hat sich geändert. Ihr befasst euch mit diesem Boten. Sorgt dafür, dass meine Armee in Sicherheit ist. Ihr werdet sie brauchen. Hm. Okay. So, euer Gnaden. Es gibt Schwierigkeiten. Was kann ich tun? Unsere Festung Zackenfels wurde überfallen. Die Kräfte der Ordnung haben uns überrannt. Ihr müsst sofort Adeo, zur Hilfe eilen. Adeo? Sie führt das an, was von unseren Streitkräften übrig ist. Sie wartet auf euch vor Zackenfels. Eilt bitte... Zackenfels ist unser Heim. Unser Heiligtum auf den Shivering Isles. Wenn wir es verlieren würden, wäre mein Volk dem Untergang geweiht. Das wäre schlecht. Okay. Bitte, euer Gnaden. Ja! Ähm, Zackenfels, so nicht... Falls Zackenfels tatsächlich angegriffen wird, solltet ihr euch auf einen schweren Kampf... Falls... Ja, ja. Super, Askel. Du bist eine große Hütte. Es war sehr... Speichern, zack, dann... Wie immer... Dann wippen wir uns mal an unsere neue Aufgabe. Fokus Kristall. Das habe ich schon mal privat gemacht. Da habe ich 15 Minuten lang gesehen. Fokus Kristall, 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 Fokus Kristall... Dann latschen wir uns erst mal nach Zackenfels. Oh, Gromit. Sehr schön. Komm schon, Gromit. Hau drauf. Hau drauf. Fuck. Oh, nicht Ruhe. Nun klar. Soll ich mal noch einen Feind drauf? Was war das? Wie geht denn der ab? Ah, da kommt der andere. Tote. So, so. Du hast auch keinen Wahnsinnsärzt und du... Wahnsinnsfeilmann. Ich baue keine Pfeile von Wahnsinnsärzt. Da wäre mein Wahnsinnsärzt viel zu teuer. Ich muss auf jeden Fall, also... Okay, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde farmen. Naja, ich werde nämlich das gute... Wahnsinnsärzt farmen. Weil das brauche ich. Für mich die Rüstung nämlich haben, weil die echt scheiße gut ist. Und... Naja, okay, also... Ah, mir fällt gerade das ein, was ziemlich unvorteilhaft ist. Während der... Wow! Sag einmal! Geht's noch, hä? Was sollte denn das werden? Bist du verrückt oder was? Oh, ich bin verrückt erscheinend. Ich habe viele Bäume. Irgendwer verdammt nervige Bäume. Cool. So. Die Knorpsrinden steigen natürlich schnell ab. Ist ja klar. Ach ja, stimmt. Ich bin ja... Die hauen mir ja schweigen drauf. Momentan bin ich ziemlich schweigsam. Ja, das bin ich meistens auch so. Deswegen mache ich auch Let's Plays. Ich bin so schlau. Nichts. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt null. Oh man. Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich Zackenfels noch. Fertig und dann... Ich fange es auf jeden Fall mal an. Also ich schaue mal an, was wir da machen müssen. Und dann... Beende ich auch erstmal die Aufnahme. Soweit, weil... Das dürfte dann erstmal für ein, zwei Parts reichen. Hoffe ich. Meine ich, denke ich. Ich weiß es nicht, aber... Ich hoffe, dass es reicht. Ich muss jetzt... So... Vielen Dank.